Hey Leute und willkommen zum 16. Adventstürchen und ja ich glaube das war das mit dem Jump'n'Run, habe ich noch ein bisschen in Erinnerung, ja genau, nice one, okay, ähm, Türchen Nummer 16, Jump'n'Run in der Wartelobby, TNT Run, Jump'n'Run, okay, äh, hier waren wir schon, das kennen wir alles und dann gucken wir mal, wie wir mit dem Jump'n'Run zurechtkommen, okay, da sind wir schon mal direkt abgeschmiert, aber, ähm, ja, zum Glück sind jetzt nicht mehr so Rage-Sachen dabei, sage ich mal, dass man hier normal dran spielen kann, ähm, so, warte mal, kommen wir hier rüber, hoffe ich mal, ja, okay, hier wird es ein bisschen schwer, da hätten wir, da gehe ich nochmal hier hin und spring hier einmal durch, okay, das war ein bisschen lung, das war ein bisschen klar, aber auf jeden Fall werden euch in nächster Zeit auch, kann ich euch schon mal sagen, ähm, ein paar mehr Spielprojekte erwarten, da habe ich schon einige Sachen im Kopf, aber mehr dazu seht ihr dann, wenn die rauskommen, auch neue Spiel 2017, kommen richtig geile Spiele raus, habe ich schon, so, what the fuck, habe ich schon so ein bisschen angeguckt, bei, äh, Part, äh, Trailern, und bestimmt auch so, also ein paar neue Spiele werden kommen, aber es werden auch noch mal ein paar alte Spiele kommen, die ich vielleicht schon mal gespielt habe oder wahrscheinlich noch nicht und die ich einfach mal erklären will und warum kommt man da jetzt nicht lang, ähm, genau, auf jeden Fall würde ich da dann ein bisschen was erwarten, aber seid ihr mal gespannt, wartet ab, die Zeit würden schon kommen, und, genau, weil Weihnachten ist da, kann man sich ein paar mehr Spiele kaufen, äh, genau, so, jetzt versuchen wir mal, Alter, ach, sind mir so kleine Dinge, die mich dann wieder richtig aufregen, ne, ihr könnt mich schon wieder so in 10 Minuten sehen, wo ich hier schon so rumschreie, ey, Oh, endlich, ey, Ja, komm schon, jawohl, oh man, bitte lass mich jetzt nicht sterben, oh mein Gott, Oh, nein, Oh, mein Gott, Türchen Nummer 16, das Ende, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, äh, aber hier geht's noch weiter, so, ich, wir, wir versuchen das kurz mal zu Ende machen, äh, zu Ende zu machen, so, 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 hier rauf, da, gut, das war's dann, Leute, ähm, wir gehen mal direkt in den Camo 1, äh, gehen dann zurück zu unserem schicken Knöpfchen, und dann sehen wir uns morgen beim 17. Türchen, ciao.